happy birthday to you herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und übrigens wollte ich sagen immer montags und freitags spiele ich Free Fire Max und freitags von 18 bis 22 Uhr stream ich wer mitspielen möchte kann da gerne mitspielen also es geht los mit Free Fire Max BR Racket solange ich es noch kann viel Spaß ein bisschen besser nicht mehr ganz so laut obwohl immer noch ziemlich laut springen wir mal runter und gleich direkt den Stützflug noch leiser so dann schauen wir mal was wir schönes hier finden ach ich bin jetzt schon voller schweiß angst schweiß da ist auf jeden fall ein spieler gelandet und denke ich mal dass er ein spieler ist könnte natürlich auch ein mpc sein ok ich soll ein bisschen besser zählen ach da muss ich hin da muss ich hoch keiner da ok da auch nicht da auch nicht da auch nicht da ist einer ich weiß nicht ok die beste schon mal gut noch was hier oh ich finde doch das wäre viel besser aber und die ist besser nahkampf jetzt nehmen wir die noch mit da ist eine Mütze oh das nehmen wir auch gleich noch mit mein Sack ist voll äh mein Rucksack meinte ich wo ist die Mütze da ist ein Rucksack Rucksack war die Mütze hier drin der Rucksack ist verschwunden da ist der Rucksack da ist der Rucksack Rucksack auf dem Balkon ok haben wir auch da haben wir kurz in Deckung gehen schauen wir mal kurz was haben wir hier alles haben wir wir haben nichts was wir nicht brauchen bislang aber ich hätte gerne jetzt noch eine andere Waffe also die Waffe ist schon gut die XM8 oder wie hieß die XM8 genau sag ich doch die ist schon gut aber ich hätte gerne eine bessere Waffe eine MP40 ich glaube da ist einer drin weg ich wollte runter nicht hoch was haben wir hier eine Skara eine Skara Skara ist auch ok aber da finde ich die MX äh MX XM8 besser eine MP5 die ist natürlich noch besser aber die ist nicht so gut auf äh Distanz aber im Nahkampf ist sie perfekt nahezu perfekt nicht das beste Nahkampf aber in Mitteldistanz ist sie schon mal nice und in Nahdistanz auch jetzt brauchen wir noch eine gute ach keine M60 ach die M60 ist Maschinengewehr ne ups da falscher Knopf seppi die landet da wollen wir eigentlich nicht hin ich möchte nur hier das lila den lilanen Verbandskasten haben den epischen das muss ich mich ein bisschen beeilen also meine Rüste ist schon mal sehr gut Skar schon wieder ich werde keine Skar ok ok die M4 ich weiß jetzt nicht ganz genau wie gut die ist aber nur mal mit spielen wir mal mit der M4 dann hätte ich gerne jetzt noch irgendwie einen Pilz hier oben ist doch immer einer ok da oben rennt einer ich dachte hier wäre mal ein Pilz gewesen der ist ja gar nicht mehr hier wenn wir da hinlaufen ich höre sie ich sehe sie nicht oh da da gibt es eine gute Waffe drin bestimmt eine gute Waffe ja super eine Distanz Waffe ok nimm mal mit schauen wir mal was wir nicht brauchen das brauchen wir nicht das ist nicht was ist wenn ich da drauf drücke oh wird sofort aussortiert ist natürlich nice ok keiner mehr da doch da war einer da ballert doch jemand rum oh ey 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 ja 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 Okay. Ups. Was ist das denn? Was ist sie auf mich? Mh, Mh! Weh, ne Güte! Oh, das war der letzte! Ich hab grad gar nicht drauf geachtet, wie viel noch leben! Anscheinend hab ich gewonnen! So, die erste Runde! Die zweite... kommt sofort! Aber erst schauen wir noch an Wie wir uns geschlagen haben Bei 5000 ist bei mir ja immer Schluss und das ist wirklich nicht mehr viel Okay, schauen wir mal Okay, next! Bis gleich! Die zweite Runde Schauen wir mal nach Wo müssen wir hin? Da ist das blaue Feld, wo ich gerne hin möchte Bei 550 bringen wir ab 600 würde auch gehen Dann landen wir genau am Rand Aber wir nehmen lieber 550 Dann landen wir ziemlich mittig Nicht ganz genau Aber es ist ziemlich Mittig Let's go! Was denn da hinten? Ah! Das Bauernfeld da, ne? Der Bauernhof Naja, okay, noch nicht mal ziemlich mittig Naja, okay, noch nicht mal ziemlich mittig Auch am Rand Hinter mir ist einer Ich werde verfolgt Ich werde verfolgt Von einem Mann Okay, schon mal eine Waffe Das ist schon mal gut Eine MP5 ist das, ne? Und ein Maschinengewehr Und ein Maschinengewehr Schön Die ist ja noch besser F Aber für Hauskampf ist die hier besser Und da sind Schlüsse Boah! Ich habe ja aber hier ein Glück heute Und da ist der Helm Kurz hier hinter Verstecken Okay, schnell in das Haus rein Boah! Ich komme da nicht hoch Boah! Ich komme da nicht hoch Boah! Ich komme da nicht hoch Okay, ähm Wir machen folgendes Wir schmeißen das Haus Nice! Was war es jetzt? MP5, ne? MP5 Tatütata! Ich habe vergessen, was ich machen wollte Da ist Geld Ich brauche kein Geld Ich brauche kein Geld Aber es wird angezeigt Also holen wir uns das Geld Vielleicht Vielleicht bin wir auf dem Weg nochmal was schönes Ich bräuchte auf jeden Fall meine Rüstung noch Also eine schusssichere Weste Ein Pilz Ein Pilz Ein Pilz Endlich habe ich einen Pilz Obst du Weste? Da! Ich spring da rüber! Okay Okay Weste Was brauche ich jetzt noch? Ein Rucksack Ein Rucksack wird mir angezeigt oder? Was wird mir angezeigt? Hä? Es hat Töt gemacht Was wird mir angezeigt? Ich sehe hier nichts Da! Oh! Ein episches Verbandkasten Das ist natürlich auch Das wollte ich machen vorhin Das ist natürlich auch nice Da kann ich gleich noch was aufwerten Fertig Okay Tut mir leid Du hast einfach zu viel geschossen Was hat er gesammelt? Oh! Cut da! Äh Normale Verbandkasten Ja okay Egal Wer wird mir angezeigt? Nehmen wir mit Da kann ich auch gleich da vorne rein rennen Das ist auch eine Idee Hey! Tut mir leid! Das war nicht so gemeint! Da 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 da! Da da da! Schlaraffenland Hier ist alles was ich brauche! Eine Schrotflinte! Eine Schrotflinte! Eine Schrotflinte! Eine Schrotflinte! Eine Farmas! Farmas war das ne? Ja! MP5! Die nehmen wir doch! Die ist besser als meine! Ist da einer? Ne! Das ist eine M60 Und das müsste sein eine SCAR oder AK MP5 1 SCAR und M60 Ich muss ein bisschen mehr lernen wie die Waffen aussehen Manchmal verwechsel ich da ein paar Waffen Aber alles gut! Wo wirfst du deinen Anker? Bumm! Da hinten! Brings zwar nichts weil ich da hoch gehe weil ich habe schon bessere Sachen die Sachen die da oben sind Aber man hat da eine schöne Aussicht Ach die habe ich ja schon! M82 Lass mich rauf! Huiiii Ja! Ok F Oh! Ich konnte Geld und was habe ich gesammelt? Oh was anderes noch! So! Draußen bin ich! Jetzt kann ich von hier aus snipern! Ok! Ich sehe nichts! Hier ist keiner! Das ist mir so langweilig! Wuiiii Jupp! Also ich sniper gerne rum ja! Ich setze mich gerne auf eine Ecke und lauer ein bisschen auf den Gegner aber jetzt hier beim aufnehmen ist das doch eher langweilig würde ich sagen! Und außerhalb muss ich auch mal das lernen wie die anderen Leute hier immer so spielen mit den rumhüpfen und schnell schießen das habe ich auch noch nicht so hundertprozentig drauf manchmal klappt das ganz gut aber eigentlich überwiegend nicht! So! 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 Also meine Tasche ist eigentlich fast voll. Drei Viertel voll, aber ich kann kein Verbandsmaterial mehr tragen. Da hat einer geschossen und dahinten auch. Was ist denn der eine, da hinten, ein Schuss und, ach zu früh. Nein, der lebt noch. Ah, kein Schuss mehr. Oh, meine Tasse geht wieder nicht. Super. Vielleicht der F1 und der F1. Vielleicht geht es dann wieder. Oh, ja. Okay, ich laufe ja schon. Mensch. Oh, voll daneben. Und der Stand, ja. Ach, geht wieder nicht. F1, F1. Nee, geht immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich renne in ein Haus rein. Oh, ich war von falschen Klopfen. Egal. Da, Haus rein. Oh, ich war von falschen Klopfen. Ich muss gleich da hinten in der Scheune, glaube ich, rein. Oh, ja. Killing spree! 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 Der wollte auf mich schießen! Schnell verbinde! Nein, töte mich nicht! Ich habe Angst! Schaberangst Auch wenn der rein rennt Der rennt da rein Ja Das war die zweite Runde von Battle Royale Zwei Boy Yes Zwei Yeah Yeah Punkte Bald bin ich am Ende angekommen Gut Dann war es das für heute Danke Ich würde mich freuen Auf Wiedersehen Ciao 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 Ciao